Hallo und herzlich willkommen zu woandersveganmitsch. Ich bin Belina. Ich bin Felix. Und zusammen sind wir woandersvegan. Wie eben schon gesagt. Ich sitze hier heute das erste Mal beim Podcast mit einer Tasse Kaffee. Ja, also ich finde das riecht auch immer sehr gut. Ich trinke keinen Kaffee, aber das riecht sehr, sehr lecker. Ich habe mir eine French Press gekauft. Ja, kleine Bodo. Und ich habe mir noch Kaffee gekauft. Es muss bei mir natürlich wieder, was heißt fancy Kaffee sein, aber nicht einfach so aus dem Supermarket. Nicht aus dem Supermarket? Kommt nicht in die Tüte. Nee. Okay. Und die Marke heißt Max Bean. Max Bean, okay. Ich habe mich jetzt nicht näher beschäftigt, aber sie versprechen nachhaltiger Kaffeeanbauverarbeitung. Okay. Und ist auch anscheinend noch, also die Verpackung kam ganz süß an. Ja, das ist immer so ganz, wie es halt im Moment so gemacht wird. Ja, ich muss sagen, ich habe mir zwei Kaffeesorten bestellt. Die eine, die ich jetzt tatsächlich jetzt nur trinke, weil es ist nicht so ganz meins. Es ist so ein bisschen fruchtig. Ist, wie gesagt, nicht so. Ist auch säuerlich. Ja, oder? Bestimmt. Ein bisschen säuerlich, wenn du sagst fruchtig. Ja, kann man schon. Kann man schon so sagen, ne? Und dann habe ich mir noch den, der andere, der schmeckt wie ein normaler Kaffee, aber jetzt trinke ich erstmal den, den ich nicht ganz so favorisiere. Ganz interessant war dabei, dass das in verschiedenen Mahlgraden zu kaufen gibt, ne? Genau, man konnte, ja, ganze Bohne für French Press ganz gemahlen. Ja. Gut. Wollen wir kurz einen Überblick geben, was wir heute sprechen wollen? Gib mal einen Überblick. Dann müssen die Leute ja nicht alles hören. Obwohl, eigentlich muss man immer alles hören. So, ich gebe mal den Überblick. Wir haben uns ein, am Anfang kommen ein paar kleinere Themen. Und der große Block, der große Block soll heute unsere Jugend behandeln. Die letzten Tage denke ich ein bisschen über meine Vergangenheit nach und man macht das zu selten. Man weiß auch zu wenig über die Vergangenheit des Partners. Man weiß manche Dinge, aber ich habe das Gefühl, ich weiß nicht wirklich viel und ich glaube, das ist grundlegend so interessant, auch für den Partner. Also, weißt du, wie war jemand früher? Wie hat er sich entwickelt? Das ist ein interessantes Thema. Auf jeden Fall vorher, wir haben einen Kalender gekauft. Wir haben einen handiefreien Abend eingeführt. Und unsere Aktien sind abgeschmiert. Das sind die kleinen kurzen Themen, die wir jetzt behandeln. Vielleicht fangen wir damit an. Es ist abgeschmiert. Nee, wir fangen jetzt schön nach der Reihe an. Wir fangen erst mal mit dem Kalender an. Und wir waren gestern nämlich bei Felix Oma und irgendwie kamen wir dann darauf. Sie hat nämlich einen sehr schönen Kalender. Sie hat die Auflage Mittelmeer, glaube ich, war das, ne? Ja, Mittelmeer, glaube ich, ja. Und das ist, weiß ich nicht, ist das eine bekannte Kalendermacht? Jedenfalls haben wir gedacht, es ist eigentlich ganz schön für uns auch Sachen sich einzutragen und auch einfach, weil die Bilder unfassbar schön sind. Wir haben uns für Trauminseln entschieden und der Faktor war einfach, dadurch, dass es halt jetzt schon Anfang des Jahres ist, haben wir einen Kalender, der normalerweise, also die Oma hat 17 Euro bezahlt. Wir haben halt für zwei Euro. Zwei Euro ohne Versand. Das darf man niemandem erzählen. Ohne Mist ist es, ein bisschen schäbig ist es schon, aber trotzdem, die haben wahrscheinlich diese alten Bestände da rumfliegen und die sagen sich, ey, jo. Das ist ja eh die Frage, was passiert mit Kalendern, die übrig bleiben. Genau, dann lieber noch verwenden. Und also wie gesagt, ich finde es ja immer ganz schön, dass du Bilder, also man kann verschiedene Themen und dann am besten noch so ein paar Infos oder Zitate, finde ich ja toll. Aber nee, es ist wie gesagt ganz praktisch, also es endet vielleicht mein Geburtstagdebakel. Vielleicht ist dieses Jahr das, was alles ändert. Ja, ich hoffe. Ich finde es aber auch gut, weil man da Termine eintragen kann, wo man schnell mal gucken kann, hey, hat der Partner was da, ist da irgendwas. Also ich finde das handschriftlich da irgendwie noch ganz gut, kann man mal drauf gucken, kann man Sachen eintragen. Weil das Ding ist einfach, wir könnten ja auch auf unserem Handygerät das nutzen, aber das nutzen wir irgendwie nicht, die Kalenderfunktion. Nee, nee, nee. Das Traurige ist ein bisschen, dass Oma den Kalender mittlerweile etwas anders benutzt, weil sie doch einiges vergisst und da stehen dann sehr alltägliche Sachen. War heute beim Metzger. Ist ja so ein bisschen für sie wie ein Tagebuch. Das ist wie ein Tagebuch, aber ich habe auch immer das Gefühl, es ist nochmal so eine Absicherung, falls jemand anruft, falls jemand was wissen will, was war denn da und da, dass sie da nochmal hingehen kann schnell und dann gucken kann. Aber völlig natürlich, wenn es nicht mehr so gut funktioniert, sucht man sich Wege, wie man so lang wie möglich. Hilfe suchen, ja. Und es ist ja auch irgendwie dann so eine kleine Beschäftigung. Ja. Was witzig war, Melina hat eben gefragt, warum hast du eigentlich das gute Equipment und ich das schlechte? Also sie hat das gefragt. Was war die Antwort? Was ist die Antwort? Ja, ist schon ganz recht, er hat sich das alles selbst gekauft. Ist auch nicht so schlimm, aber gerade die Kopfhörer habe ich ja gestern eh gemerkt. Magst du nicht? Mein Kopf ist nicht für die Kopfhörer geeignet. Er hat sich so ein Gerät gekauft, wie man unschwer... Ja. Hauptsächlich zur Musik machen, aber ich habe gedacht, ich könnte vielleicht hier irgendwie die Sachen bespielen. Was ist das? Ein Midi-Keyboard. Ein Midi-Keyboard. Midi. Midi. Midi-Keyboard. Ja. Okay. Dann, was war der zweite Punkt? War schon unser Streitgespräch? Ja, was heißt Streit? Streit? Echt? War Streitgespräch? Ja, Handyfreier Abend. Genau, Felix ist ja auf dem Weg, was ihm ja auch gut tut, seine Handyzeit drastisch zu reduzieren. Ich bin ja noch so, ja wahrscheinlich so süchtig oder dass ich für mich jetzt noch nicht das habe, dass es mich einschneidet, einschneidet, nein, wie heißt das? Einschränkt? Einschränkt. Einschränkt. Und jedenfalls hat er sich dann vorgestern, was glaube ich, meinte so Handyfreier Abend, so für zwei Stunden von acht bis zehn. Und ich meinte so, ja, ja, können wir ruhig machen. Und dann weiß ich nicht mehr, wo der Punkt kam, wo wir uns angezickt haben und ich werde dann immer sehr hysterisch. Nein, der Punkt war, ja, dann morgen von acht bis zehn. Und dann hast du so gesagt, ja, ich weiß noch nicht. Ja, weil wir davor aber auch wieder was hatten. Wir hatten davor auch ein bisschen was, aber ja, aber trotzdem war dann die Antwort. Und ich so meinte, ab morgen starten wir das dann, so von wegen. Und dann hat man bei dir gemerkt, okay, nee, du bist da gar nicht so für gerade. Weil man muss, es wirkte auf mich so, erst mal dieses Ding, du hast es jetzt für dich eingeführt, weniger Handy, was ja voll gut ist. Das muss, dann hat es halt so auf mich wieder gewirkt, das muss ich jetzt auch mitmachen, ob ich das will oder nicht. Dann war so dieses Ding, weil du ja auch meintest so, weil dann in so gewissen Zeiten geht ja immer das Handy, dann ist man irgendwie immer gestört. Was ja auch stimmt, was ich nachvollziehen kann. An dem Abend, aber dann habe ich das wieder auf diesen Abend so richtig stark projiziert, weil da war ich viel am Handy und habe viel geschrieben, weil ich mit einer Arbeitskollegin geschrieben hatte über Dinge, die man hier nicht sagen kann. Und ja, dann war das wieder alles so, ja, ich habe mich einfach wieder, was so ganz oft passiert, bei mir wieder angegriffen gefühlt. Und mein Problem ist, ich kann ja nicht einfach mal sagen, was ja eigentlich, glaube ich, die beste Lösung wäre. Da ist auch die Frage, ob du das akzeptieren würdest. Aber ich kann dann nie sagen, erst mal, oh Felix, ich fühle mich gerade wieder so in der Ecke getränkt. Ich kann nicht gerade konstruktiv mit dir sprechen. Können wir das bitte morgen besprechen? Hast du es später ja gesagt. Habe ich später gemacht, aber nachdem ich wieder so meine Stimme erhöht habe, weil ich hysterisch gewirkt habe. Also wenn ich schon in dem Moment nicht reden kann, dann sollte ich das wenigstens sagen und dann das irgendwie auf morgen oder so verschieben. Oder vielleicht helfen da auch ein paar Stunden, oh gut, es war ein paar Stunden später. Ja, ich verstehe das und ich kann es nachvollziehen. Warte nochmal ganz, ich bin, ich finde es ja gut, diese Handy. Genau, das wurde mir nicht klar in dem Moment. Es ist genauso, wie als ich heute gesagt habe, das Handy für dich war für mich so, oh ich hätte heute gerne mal, dass wir wieder zusammen mal eine Mahlzeit zu nehmen. Ja, das war gut. Am Tisch sitzen und das machen. So ist das ja auch mit dem Handy, was ich. Ja, aber du warst in dem Moment schon so angespannt und so, dass du da nicht einfach sagen konntest, ja finde ich gut, probieren wir mal die nächsten Tage. Das war so, das war nicht dein, das lag an der Situation. Und natürlich wirkt das auch so, dass, okay, oh der lässt jetzt sein Handy weg, jetzt muss ich das auch machen. Das kann ich voll verstehen, aber mir wurde das bewusster dadurch. Weil wir lagen früher oftmals einfach Handy und Handy nebeneinander für eine gewisse Zeit. Und mittlerweile ist es dann halt so, wenn ich dann nicht irgendwie im Buch ein bisschen, dann sitze ich da neben dir. Nachdem wir vielleicht irgendwas geguckt haben oder so, dann bist du am Handy und dann sitze ich da. Und dann fällt es dir mehr auf. Und dann habe ich mir so gedacht, oh wir könnten doch einfach dann, ja, einfach mal zwei Stunden jeden Abend so für uns. Und es geht nicht darum, dass wir dann komplett irgendwie nur miteinander reden oder das und das, sondern es geht einfach darum, dass man aufmerksam Dinge guckt und nicht abgelenkt wird. Einer am anderen Ende des Tiches, ja. Und dann wird geredet. Nein, wie gesagt, ich, die Situation war für mich wieder so eine Ecke getränkt und aber prinzipiell, ich finde es sehr gut. Ja. Weil ich mir ja schon bewusst, dass das irgendwie so ein Hauptproblem ist, glaube ich, in vielen Beziehungen kann ich mir vorstellen, dass man sich einfach zu wenig wieder auf die Beziehung, auf die Partnerschaft konzentriert. Ja, lass dich zu viel ablenken, wie bei allem im Leben. Komplett. So, unsere Aktien sind abgeschmiert und zwar massiv. Richtig geil. Wir hatten schön 30% Gewinn in unserem Depot. Verpufft. Weg. Richtig geil. Mein Vater hat heute einen Panikanruf bei mir gemacht, aber na, er war nicht richtig panisch, aber so von wegen mal ein bisschen Luft rausnehmen. Das ist so, weil... Mal locker bleiben. Weil das so witzig ist. Ich, ich meine, ich habe auch, ich investiere jetzt ja auch immer mal mehr in Aktien, mal mehr, mal weniger. Auch in Krypto? Und, ähm, ich, ich habe auch viel, viel, viel Geld verloren in dem Sinne, aber es, in meinem Kopf, es juckt mich nicht so, weil ich, ich sehe das zwar, aber ich weiß nicht, warum mich das da nicht so stört. Für dich ist das wahrscheinlich, wenn du es kaufst, ist es für dich weg. Ja. Als würdest du dir was von kaufen. So ein bisschen ist es. Das ist kein Investment, das ist einfach was gekauft. Natürlich sehe ich, das ist ein Minus und dass ich mittlerweile auch in minus 20 Euro bin, praktisch. Ich, das ist ein Minus. Ja, nein, aber du bist gerade ganz knapp ins Minus, 20 Euro. Ja, ja, aber man soll, das reicht ja beim Ich als geldfixiertes Kind, es könnte ja dafür schon reichen, dass ich denke, alter, und voll ausflipper, aber ist so, er kam, ich war gerade am, fertig mit dem Duschen, da kam er ins Bad rein heute Morgen. Meinst du, meinst du, wir sollen für unser gemeinsames Depot, also wir haben gemeinsames und getrennte Depots, meinst du, wir sollten nur Shorts da machen? Wie heißt er dann so, nein? Vielleicht zur kurzen Erklärung, ein Short ist eine Gegenwette praktisch, ein Short ist eine Art, ist ein Leerverkauf, das heißt du wettest auf die Gegenbewegung, also du sagst, oh, das Unternehmen fällt und gleichzeitig gewinnst du. Also je mehr ein Unternehmen fällt und du hast ein Short-Zertifikat, ein Hebel-Zertifikat gekauft, desto mehr gewinnst du. Das Ding ist halt, es ist risikoreicher, ne? Es ist wesentlich risikoreicher, weil ich, das bin ich, das kannst du gerne auf deinem privaten machen, aber unser... Genau, das Problem ist, dass Knock-out-Zertifikate, das sind meistens Knock-out-Zertifikate, Hebel-Produkte eben, die verfallen ab einem gewissen Punkt, die haben alle ihren festen Wert, wenn die den erreichen, also wenn es nicht so läuft, wie du das vorausdenkst, und es geht in die falsche Richtung, wo du es nicht haben willst, es steigt also. Und dann gibt es einen Punkt, wo das Ding weg ist. Das ist ja noch zusätzlich das Ding, ich weiß, dass wir, als wir noch in Geisenheim gewohnt haben, da hast du das Shorten für dich entdeckt, oder zumindest diese, diese, ne? Und da ist es halt richtig krass in die Hose gegangen und deine Stimmung war... Ja, ja klar. Ne, aber man muss dazu sagen, also jeder, der das jetzt hört und denkt, ey, ich habe viel zu wenig Ahnung davon, ich habe viel zu viel Scheiße ausprobiert, was das angeht, ich, ähm, macht das nicht. Handelt nicht mit irgendwelchen Zertifikaten, macht das nicht, ich mache es mittlerweile auch nicht mehr, nur so, nur so ganz selten mal irgendwie für kleinere Beträge. Aber ich bin auch ganz klar auf dem Punkt, hey, kauft eure Unternehmen, hinter denen ihr steht, wo ihr die Zukunft seht drin, wo ihr Potenzial drin seht, dass das die Welt verändern kann. Kauft solche Unternehmen, stellt euch das selbst zusammen und investiert genau so. Und das, was ich im Moment wieder ein Stück weit mache, ist, zu kleine Sachen zu kaufen, das ist dann risikoreicher. Also man braucht immer mal so dicke Brocken, irgendwie sowas wie Netflix oder Amazon oder Apple, keine Ahnung, das sind so, das sind eher träge Aktien. Ich meine, die haben auch wahnsinnige Gewinne in den letzten Jahren gemacht, aber trotzdem, die sind so groß, da ist unwahrscheinlich, dass die mal 40 Prozent, 30 Prozent abschmieren an einem Tag. Das ist einfach unwahrscheinlich. Und deswegen braucht man da die richtige Mischung und unsere Mischung oder meine Mischung ist gerade zu risikohaft, weil zu viele kleine Unternehmen... Ich glaube, ich bin so euphorisch, weil ich, wie Felix meinte, eben schon ganz wenig Geld, 100 Euro, in Kryptowährungen gesteckt habe. Ich kam durch einen Arbeitskollegen dazu, dann habe ich mich noch ein bisschen unterhalten mit dem besten Freund von Felix. Und dann habe ich einfach zwei Kryptowährungen, keine Ahnung von dem, also wirklich gar keine Ahnung, für mich ist das auch viel zu hoch, um das alles zu verstehen. Hat der Basti versucht, den Blockchain und so zu erklären? Ne, weiß ich, vielleicht hat er das auch. Ne. Und ich habe ich nur so ein bisschen belesen und war dann auch schon so, dass Kryptos ja immer noch sehr risikobehaftet sind. Und ich habe einfach 100 Euro reingesteckt. Und zumindest die eine Kryptowährung, wenn jetzt so alles runtergeht, geht das so fium. Auch wenn es nur wenig Geld ist, was ich da hatte, aber das ist so ein Beflügungsgelöhn. Ja, Kryptos können ein Gegenwert. Also früher hat man gesagt, okay Gott. Ich wollte mir natürlich Bitcoin kaufen, kurz an der Stelle, aber als ich gemerkt habe, wie teuer die dann sind. Aber das macht so gar keinen Unterschied. Deine 100 Euro sind 100 Euro. Du hast da gerade einen Denkfehler. Du kaufst dann halt 0,000 irgendwas Bitcoin. Ich habe ja auch Anteile, aber wenn... Ja, stimmt. Hä, was habe ich denn jetzt gedacht? Du hast da was ganz Komisches gedacht. Dein Geld bleibt dein Geld. Ja, aber wenn ein Bitcoin 50.000 kostet. 40.000 Euro. Ja. Ja, dann hast du halt 0,0000 irgendwas davon. Stimmt, ich konnte ja auch. Aber das sind trotzdem 100 Euro. Also das ist ein Denkfehler. Ja, das hat gerade Klick gemacht. Nee, das ist ja bei Aktien genauso. Das hatten wir eben noch gerade. Wenn eine Amazon-Aktie 2.500 Euro kostet, manche Leute, die sich gar nicht damit ausgehen, denken, okay, warum kostet die 2.500? Das muss doch voll viel sein. Nein, es kommt darauf an, wie viele von den Dingern sind im Umlauf. Es kommt nur an, die Aktien im Umlauf mal den Preis, dann kommt man auf die Marktkapitalisierung und das ist der Wert so grob vom Unternehmen. Ja, da weiß man, wie sehr ich mich auskenne, aber hauptsache ich... Ja, aber du kommst langsam rein. Ich finde es gut. Ja, ich wollte Ihnen was noch sagen. Oh, Entschuldigung. Nee, 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 ist alles gut. Ich habe überlegt, Tesla ein bisschen zu shorten. Tesla ist so ein Ding, das ist mir immer ein Dorn im Auge, weil es so aufgeblasen ist, dieses Unternehmen. Ach, das ist im Moment so Blasenbildung. Uh. Zu viel Geld kam rein in den Markt und gleichzeitig sind die Unternehmen nicht genug, sind nicht genug gewachsen, dass das irgendwie erklärbar wäre. Passt also nicht zusammen. Naja, aber so ist es halt oftmals. So, okay. Haben wir mal über Aktien gesprochen hier. Es tut mir leid an der Stelle, falls sich irgendjemand denkt, oh Gott, Leute. Aber es ist der einzig richtige Weg. Und, ah, nee, ich, oh, kurz, kurz, ganz kurz noch, ganz kurz noch. So, wenn ihr jetzt sagt, okay, stimmt, ich habe immer mal über Aktien nachgedacht, ja, ach, müsste ich mich eigentlich mal wieder mit beschäftigen. Och, ich frage mal meine Volksbank oder meine scheiß NASBA nach irgendeiner Kacke. So, und dann drehen die dir am Ende noch irgendeinen umweltfreundlichen Scheißfonds ein an, ganz ehrlich, und da sind dann so Kackdinger wie Deutsche Wohnen und so drin, wo du dir denkst, ey, ein Öko-Fonds, klar stoßen die nicht die Mengen CO2, aber es ist die Deutsche Wohnen, es ist ein Drecksverein, es ist einfach nur, es ist ein unsoziales, darf man am Tor? Es ist auf jeden Fall nicht gut. Und dann hast du einen Fonds, also für alle, ein Fonds ist eine Zusammenstellung von verschiedenen Aktienpakets, sozusagen, was bewirtschaftet wird durch die Bank. Und dann hast du da Aktien drin, hinter denen du nicht stehst. Deswegen, wenn ihr in Aktien investieren wollt, macht es Schritt für Schritt, jeden Monat, ein bisschen was, Kontinuität ist richtig wichtig und nicht immer mal, oh, ich mach mal 100 Euro, oh, es sind 120, dann hol ich es mir. Also, weißt du, nein, habt eine Strategie, sag jeden Monat den und den Betrag und das über langfristig gesehen. Also, genau so und nicht blauäugig irgendeinen Fonds oder so kaufen, macht das selbst. Es ist nicht so viel Arbeit, wie ihr denkt. Okay, jetzt bin ich fertig mit den Aktien. Ja. Wir kommen zum Hauptthema für heute, das Thema Jugend. Wir haben letztens ein Gespräch gehabt mit einem Arbeitskollegen über Instagram. Und daraufhin habe ich ganz viel darüber nachgedacht, wie meine Jugend denn eigentlich so war, wie ich früher war. Und wenn man da wirklich mal ehrlich zu sich ist, vielleicht denken manche, boah, geil, in meiner Jugend war ich ja voll der Checker, da war ich voll das, keine Ahnung, boah, voll cool. Und jetzt bin ich irgendwie fett und unglücklich. Wenn ich darüber nachdenke, ist es so, dass ich denke, wow, ja, du warst schon echt ganz schöner Nerd, ganz schöner Außenseiter, das ist vielleicht das falsche Wort, aber doch sehr mit manchen Dingen sehr am Rand irgendwie. Zwar in einer Gruppe, weil auch Nerds sind nicht alleine, aber man hat schon Dinge nicht gemacht, die andere gemacht haben. Also ganz, ganz, ähm, ist ganz interessant, darüber nachzudenken. Auf jeden Fall, wie ich anfangs schon erwähnt habe, ist es ja interessant zu verstehen, wo, wie ist, wie ist mein Partner aufgewachsen, wo kommt mein Partner her, was hat er erlebt, was hat er nicht erlebt irgendwie. Und wie würde er das selbst einschätzen? Und das ist so, ähm, ja, einfach, einfach spannend für mich in dem Fall. Wie würdest du denn deine Jugend bezeichnen? Also was, ich kann ja mal kurz, was weiß ich von dir, diese typischen Dinge, die mir so in den Kopf kommen, sind, okay, du bist mit, du bist als Kind mit Tieren aufgewachsen, du, ähm, du warst auf dem Mielner Biermarkt, also so Festlichkeiten kommen mir dann da öfter mal, oder ihr wart mal in Koblenz, oder dann halt auch viele Konzerte, so, so Hardcore-Bereich mäßig. Oh Gott, okay, wir... Du warst ein riesen Tokio-Hotel, ähm... Fangen wir mal, fangen wir vielleicht mal gleich. Nein, nein, ich will nur kurz sagen, was du willst, wie ich... Und dann kannst du das Bild ja irgendwie vervollständigen, das wäre, das wäre vielleicht schön. Und also Tokio-Hotel war ein Thema, dann Realschule-Sozialassistent, was dir ja auch was bedeutet hat, weil du immer mal wieder neue Leute, also neue Gruppen auch kennengelernt hast. Dann Übergewicht, was immer ein Thema war, generell in deiner Jugend auch, auch mit deinen Eltern. Dann du und deine Schwester, die euch... Ihr habt euch verprügelt, wie so viele Geschwister. Und da hört es dann schon langsam auf. Oh Gott, das ist... Und eine Sache habe ich noch, die immer gesagt wird, du hast gern allein gespielt. Du warst kein soziales Kind, weil du hast mit deinem Playmobil sehr gerne allein gespielt. Das sind jetzt so ein paar Eckpunkte gewesen, die mir auf die Schnelle einfallen, wenn ich von deiner Jugend spreche. Und dann, ja, dann hört es fast schon auf. Das ist eine interessante Konstellation. Wie warst du als Kind? Fangen wir da an. Ich glaube, was mich geprägt hat, also man muss sagen, ich komme aus einem kleinen Dorf, aus einer kleinen Region. Und wie du schon sagtest, dass ich praktisch in einem Haus mit... Wir haben oben gewohnt, unten haben meine Großeltern gewohnt. Oder wohnt immer noch. Und das war immer so... Ja, sagen wir es wirklich so, dass... Wann ist mein Kind? So bis... Also die ganze Kindergartenzeit auf jeden Fall. Das war sehr... Sehr naturlastig und auch sehr unbeschwert. Gerade so... Ja, mit mich hatte so ein super Verhältnis zu meinen Großeltern in Mielen. Und ich habe, glaube ich, jede Gefühl, so in meiner Erinnerung, jede freie Minute, gerade den Wochenenden, habe ich mich runtergeschlichen, weil ich gar nicht so früh runter sollte, wie ich immer runtergegangen bin. Und habe mich auf dem Kissen den ganzen Flur entlanggerobbt, um runtergehen zu können. Und habe viel da gemacht. Ich glaube, das hat mich sehr, irgendwie sehr geprägt und hatte auch teilweise so, dass ich auch mein Sozialleben... Also ich habe immer früher viele Freunde, da gab es immer so eine richtig feste Clique, dass ich auch... Clique, reden wir jetzt von Kindheit noch, oder? Ja, das hat sich schon bis zur Realschule gezogen. Und das... Ich weiß nicht, ob es die Grundschule... Doch, die Grundschule war es bestimmt auch noch. Aber auf jeden Fall der Kindergarten, dass ich immer... Also die gesamte Klasse, die Gruppe, die zu uns kamen und haben wir die Schafe angeguckt. Das ist alles richtig integriert. Und auch diese Kindergeburtstage, wo mein Opa uns mit dem Trecker... Trektor gefahren hat, so wie man sich das vorstellt. Genau, und das hat mich irgendwie sehr geprägt und es war sehr unbeschwert. Dann... Kann ich kurz dazwischen... Wie war es denn? Also du sagst, du hast ein gutes Verhältnis zu deinen Eltern in Mielen, zu deinen Großeltern in Mielen gehabt. Deine Schwester war anders. Deine Schwester hatte eher auch ein Draht zu den anderen Großeltern. Also habt ihr das sehr zusammen gemacht? Also wenn du sagst, sehr naturverbunden, war Vanessa da dabei? Nee, also man muss... Meine Schwester ist ja eh einmal älter. Ja. Dann haben wir... Also was heißt aufgeteilt? Aber das war immer so, das erzählt auch meine Oma aus Kleinstein auch immer, dass halt... Meine Schwester war immer eher zu denen orientiert, hat da viel mit meinem Opa und hat oft damals, glaube ich, übernachtet. Ich war immer so jemand, der da irgendwie viel geweint hatte und nicht so... Also natürlich auch ein gutes Verhältnis, aber jetzt nicht so intensiv... Geweint, wenn du da warst. Genau, wenn ich übernachten sollte, meine... Genau, genau. Ja, ja, ja. Die übernachtung. Die geweint. Und zum Beispiel, das hat mir irgendwie sehr schwer gefallen. Aber ich glaube auch einfach, weil ich einfach generell sehr... Ängstlich oder sehr schüchtern immer war. Du bist auch ein emotionaler Mensch, ein sentimentaler Mensch eher. Genau, und deswegen, da haben wir uns irgendwie immer sehr, sehr aufgeteilt, sage ich, die eine hat immer da. Ich muss sagen, so kindheitsmäßig kann ich mich gar nicht wirklich daran erinnern, dass meine Schwester und ich viel gemacht haben, weil das mit meinem Opa, mit den Schafen, das war tatsächlich gefühlt immer so mein Ding. Bei meiner Schwester kann ich mich gar nicht so daran erinnern. Okay, ihr hattet dann also Kontakt, wenn ihr in so einen Urlaub gefahren seid und war das dann schwierig? Also war das, wenn ihr dann zwei Wochen zusammen in Urlaub wart, war das dann eskaliert, weil ihr auf einmal so lange zusammen wart? Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich an meine Schwester denke und meine Kindheit, ich kriege da wirklich gar nicht viel zusammen, wie viel wir miteinander gemacht haben, das meine ich. Urlaub, natürlich im Urlaub war es immer toll, jemanden dabei zu haben, mit dem du... War toll, war eher toll. Ja, ich glaube, ich denke schon, dass man, man hatte immer noch jemand Jüngeres mit dabei, mit dem du dir auch, wir haben miteinander gespielt, also klar Urlaube und so, ich, das ist von großem Vorteil. Das war nämlich bei mir immer so ein Ding, ich bin Einzelkind und bin immer ab einem gewissen Alter, wenn du nicht mehr ganz so fixiert auf Eltern bist, dann ist es schwierig. Ich bin auch ab 15 oder so nicht mehr mitgefahren, aber bis, also so die letzten Jahre, 12, 13, 14, da weiß ich immer noch, wir waren einmal auch an der Côte d'Azur und so in Monaco und keine Ahnung was, aber wir waren, wir waren dann immer so, ja, zu Tritter unterwegs und das ist immer komisch, man fühlt sich immer allein in den Momenten. Ja, das ist halt so, ich kann mir schon vorstellen, dass das ein Unterschied ist, wobei, wie gesagt, meine Schwester ist 26, drei Jahre, zwei Jahre auseinander. Wie alt wirst du, 29, ne? Ich bin 29. Du bist 29, mein Schwester wird 29 Jahre, das sind so ungefähr drei Jahre und das hat irgendwann natürlich abgenommen, aber so diese typischen Urlaubsmomente, wie gesagt, was zu Hause, habe ich seltsamerweise gar nicht so viel Erinnerung an, wie viel wir da gemacht haben, was natürlich einprägsam sah, sind diese wirklich diese Streit oder dieses Verstümmeln, kann man ja fast sagen, also die waren schon, also in meiner Grunde richtig bösartig. Dann hast du ja noch erzählt, dass du als Erinnerung hast, also dass ich viel alleine gespielt habe, ich würde das gar nicht so negativ ausdrücken, dass ich kein, mein Sozialleben oder so, dass ich, also bis wirklich, ich sage wirklich bis zum Sozialesten, bis ich hier nach Rüdesheim gezogen bin, in den Reingau, hatte ich super viele Freunde, ich, voll viel. Aber vielleicht, das ist jetzt schon ein Schritt, ein Schritt weiter. Ja genau, aber zum damaligen Zeitpunkt, ich habe zwar, ich habe super gerne alleine gespielt, dieses Playmobil gedöhnt, aber trotzdem, ich war auch immer so ein Scheißkind, was immer niemanden, die anderen Sachen, also Freunde, ich habe das denen nicht gegönnt, ich wollte immer das Beste haben, meine und die durften sich gefühlt things aussuchen. Das merkt man ja heute immer noch. Und ja, aber unabhängig davon habe ich, wie gesagt, ich hatte durch meine Mutter, die ihre Freunde, durch diese, also wir kennen viele, habe ich durch diese Babykrabbelgruppe, sage ich jetzt mal kennen, weil meine Mutter mit denen befreundet war. Und wir sind halt logischerweise vom Kindergarten, Grundschule bis Realschule, waren im Grundsatz immer alle irgendwie zusammen in einer Klasse und Stufe sowieso. Jetzt bleiben wir kurz mal bei der Kindheit, dann will ich nämlich gerade ansetzen, ich finde das eigentlich ganz interessant, wenn wir das nacheinander so durchmachen, dass, also meine Kindheit, wie du gerade sagst, man hat Freunde durch die Eltern als erstes, das sind die ersten Freunde, die man hat. Wenn man Glück hat, hat man einen extrem guten Freund und das ist, ja, dass man ein bester Freund, der bis heute irgendwie so erhalten ist und ohne den es auch nicht gehen würde und das ist viel wert, das war einfach Glück. Das war auch Glück für ein Einzelkind. Das hat sich dann später noch ein bisschen anders entwickelt mit uns, das wurde dann eher zum Problem, aber da kommt man dann eher in der Jugend hin, weil wenn man sehr fixiert aufeinander ist, dann schließt man andere Gelegenheiten oftmals aus, aber da kommen wir später drauf. Also ich hatte als Kind das Gefühl, ich bin, ich war sehr sozial, ich war sehr, ich hatte dann viel auch mit, auch mit Mädchen zu tun, ich kann mich ganz früh so an Doktorspiel gedöhnt und so erinnern, ich kann mich an, an so Küsse hinter der Tür erinnern, da war ich vielleicht so sechs, sieben, acht so irgendwie und dann auch ganz viel mit, so wo man denken würde, oh, der Junge, der, ne, ist ja jetzt schon ein Charmeur, was so Eltern so gern sein, keine Ahnung, auf jeden Fall, ich war sehr, ich war sehr offen, ich war, ich konnte gut mit Mädchen umgehen, ich konnte, es war alles so, ich war sehr sozial als Kind. Das hat deine Mutter doch letztens gesagt. Genau. Und dann, Grundschule war das noch so, Grundschule war wirklich eine super Zeit und wie für viele, glaube ich auch, ist dann der Weg auf die Weiterführung der Schule der Scheidepunkt. Entweder kommst du super klar und du bist, ne, bist voll dabei und du, oder eben nicht ganz so. Und wie, wie, wie bezeichnet man das? Okay, was, was muss man machen, um, um zu sagen, boah, ich habe einiges erlebt und so. Es hat oft mit Alkohol zu tun, es hat oft mit Partys zu tun. Entweder du machst das und hast das Gefühl irgendwie, ja, ich, 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 ich mache, mach, mach viel Scheiße und bla 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 oder du, du lässt es sein und dann bist du immer so ein bisschen, wirst du immer so ein bisschen belächelt. Auch wenn du das als Gruppe machst, aber dann wird die Gruppe, die nichts trinkt und dann Videospiele spielt und so, okay, das sind die, die sind nicht so cool. Ja, und dann ändert sich das. Aber vielleicht jetzt wieder zu, zu dir, zu deiner Jugend, deine, wo du auf die weiterführende Schule kamst. Du hast gesagt, okay, vom Kindergarten war das eigentlich bis Realschule blieben die Freundschaften erhalten, weil, weil, sind viele von deinen guten Freunden mit dir auf die Realschule gegangen oder sind viele davon höher gegangen, also aufs Gymnasium oder irgendwas? Tatsächlich sind alle mit auf die Realschule. Sind alle mit auf die Realschule. Das ist ein Riesending, weil bei uns sind über die Hälfte von den guten Freunden sind aufs Gymnasium gegangen. Also von meinen Freunden, ich überlege gerade, aber wir waren, wie gesagt, wenn wir nicht in der Parallelkasse waren, waren wir tatsächlich in derselben Klasse. Außer eine, die war auf der, ach, wie nennt man das nochmal, Hauptschule, aber... Die war auch im selben Gebäude. Ja, das war die Haupt- und Realschule, war genau nebeneinander und das war jetzt auch nicht schlimm, weil wir unabhängig privat ja immer noch voll viel zu tun hatten, miteinander zu tun hatten. Wie fing das denn an mit Partys oder keine Ahnung was, also wie fing das, hast du das Gefühl, da involviert gewesen zu sein? Also warst du da früh so, dass du sagst, okay, du warst da dabei? Ja, wir waren tatsächlich, wir waren weltmäßig viel unterwegs, also ich bin bis heute ja noch so in meiner Vorstellung, wäre ich so richtig voll gerne das Partygirl und habe richtig Spaß und tats mir da mein Ass auf und so. Die Realität sieht immer so weit gut aus, bis der Tag kommt und man dann auch wirklich rausgeht. Hat mir immer sehr oft die Motivation gefühlt, aber bin trotzdem mit... Ja, schon irgendwie, ich glaube unser Glück war, dass, also wir waren immer praktisch zu dritt unterwegs, ganz oft, also der Freundeskreis wurde kleiner, aber die Leute, die man schon immer kannte und der Vater von dieser besagten Freundin, die waren halt selbst irgendwie noch sehr relativ jung und auch noch, ja auch irgendwie Musik und Tanz begeistert und er ist dann immer so, was ohne Vorstellung, also meine Eltern hätten, ohne Vorwurfs mäßig zu sein, hätten das niemals gemacht, er ist halt mit uns immer nach Koblenz gefahren, damals in das Nachtwärm und hat da halt die, bis eins, zwei, keine Ahnung, die Nacht verbracht, während wir dann halt unseren Spaß hatten. Krass, ja. Und dann auch immer noch mit diesen Zettelchen, die man auch unterschreiben musste, dass die Eltern, also dass man da reingehen durfte, wenn man 16 ist und so, richtig witzig, also ich, es war schon immer viel, wir waren immer viel unterwegs, einmal in Richtung Koblenz, glaube ich, als mein Älter wurde da und dann auch im Umkreis von diesen ganzen Dorfpartys, war ich immer, ich habe auch, ich glaube, ich habe kein Alkohol getrunken. Ja. Ja, das gehört auf dem Dorf auf jeden Fall dazu. Das ist jetzt auch klischeebar. Nein, nein, aber so, nein, ach Quatsch, überall gehört das dazu, stimmt, das ist dumm von mir gewesen gerade. Wobei zum Beispiel meine Freundin, ich glaube, bis heute trinkt sie so gut wie nichts, also das war so, ich glaube, aber das kommt auch, weil in meiner Familie ja ganz gerne mal gut und auch mal viel getrunken wird, ich glaube, es ist so ein Ding, was, ich weiß nicht. Ja, es ist aber auch so ein Ding, dazuzugehören, oder? Und sich gelöster zu fühlen, sich sicherer zu fühlen, oder? Also wenn du als Jugendlicher trinkst, dann machst du das ja um deine Unsicherheit, weil du bist, okay, du bist 14, 15, du weißt nicht genau, was mit dir, du weißt doch nicht, wer du bist, es ist eine komische Phase, du hast voll die Selbstzweifel. Okay, ob ich jetzt mit 13, 14? Nein, 14, 15, 16, das ist immer noch, wir sind immer noch nicht fertig in dem Alter und wir haben immer noch ganz viel, ganz viel Gedanken. Ja, schlussendlich ist es so einfach dieses, weil es praktisch Gang und Gebe ist, auch in unserer, ich sag mal, unserer Kultur oder Ausgehe, dass man immer mal wieder trinkt, manche halt mehr, manche mal weniger, natürlich hat man, im Nachhinein fällt mir das so schwer, ob man das dazugehören will, ich glaube einfach, ja natürlich, mir hat es gefallen, wie lockerer, dass man einfach lockerer wurde. Weißt du, zum Beispiel auch dieses Ding, wenn du trinkst, passieren Geschichten, an die man, die dann in der Schule erzählt werden und so, also weißt du, wenn du trinkst, tust du Dinge, die würdest du sonst nicht tun. Das ist egal, in welchem Alter, die Hemmschwelle sinkt und man ist komplett anders, man eskaliert ein bisschen. Und das ist ja auch ein Ding, das festigt ja auch deinen Status. Also wenn du so, wenn klar ist, oh, die waren da auf der Party und dann werden Dinge erzählt von jemandem, weißt du, das festigt deinen Status als cool. Ein Stück weit. Also bei manchen, die jetzt so ständig unterwegs waren. Ich glaube, da waren wir beide in dem... Ob ich das jetzt als besonders cool erachte, ich glaube, dafür bin ich jetzt so weit weg und denke mir so, dass ich, ich fand zum Beispiel, ich fand, solche Realschulzeit war für mich die schlimmste Zeit. Warum? Also so im Nachhinein betrachtet, weil ich in dieser, ich fand also im Nachhinein diese Klasse an sich, die Konstellation und die Charaktere, die da drin waren, unmöglich, weil so generell die Stufe, weil es teilweise für mich wirklich irgendwie asozial gewirkt hat. Ich hatte immer Angst, irgendwie ausgelacht zu werden, irgendwie, ob es Präsentationen waren oder generell, klar, auch durch mein Übergewicht, dass ich darüber lustig gemacht werden könnte. Ja, ja. Und ich habe mich einfach nie wohl gefühlt und das habe ich aber erst gemerkt, als ich der Wechsel vom, also nach Ende Realschule zum Sozialassistent gewechselt bin, dass da auf einmal so eine ganz andere Klassendynamik war, einfach weil man wahrscheinlich auch älter war und weil natürlich auch wesentlich ältere Leute stellenweise da waren, weil diese Ausbildung ist ja nicht auf Alter fixiert. Aber bleiben wir vielleicht noch ein Stück weiter vorne. Also du meintest, okay, das war die schlimmste Zeit, aber trotzdem hattest du deine drei festen Freunden. Ja, das war ja unabhängig davon, aber das ist trotzdem wichtig. Es ist nicht unabhängig. Also weißt du, die schlimmste Zeit in der Klasse heißt aber nicht, dass du sonst allein gewesen wärst. Nein, ich hatte, wie gesagt, dass ich immer irgendwie freue. Natürlich haben sich Freundschaften auch verändert und sind auch wieder flüten gegangen, aber es gab immer Phasen, wo extrem jemand da war, mit dem du dich extrem beschäftigt hast. Das ist aber ein wichtiger Punkt, weil jetzt stell dir vor, du erlebst die Hölle in der Klasse oder du gehst nicht gerne in, nein, nicht die Hölle. Es war ja auch nicht, dass ich gemobbt wurde, aber ich habe mich einfach im Nach, also Rückblicken betrachtet, war diese Konstellation, aber auch generell die gesamte Stufe und auch irgendwie generell diese ganze Schulatmosphäre fand ich einfach richtig toxisch. Ja, ja. Und das ist ja auch voll, das ist doch gut, das so zu sagen. Das muss man nicht relativieren, so von wegen, ich wurde ja nicht gemobbt. Nein, aber so im Gesamtling. Das ging mir ähnlich auch, ja. Aber jetzt überlegt er, dass jemand das nicht hat, dass jemand keine Freunde hat und hat trotzdem so ein toxisches Umfeld. Und deswegen können wir ja froh sein, dass wir in gewisser Weise Freundschaft hatten in dieser Phase. Nee, natürlich, das ging, ich meine, sowas merkt man, wenn Dinge passieren. Jemand hat sich bei uns umgebracht in einer Jahrgangsstufe wegen Mobbing. Okay, krass. Nicht so im Moment, natürlich, krass. Und natürlich ist das immer richtig, ist das irgendwie sehr prägnant, dieses Freundschaften-Ding, weil ich weiß noch, hier eine ehemalige Freundin fast, kann man sagen, meinte damals, es war noch zur Grundschulzeit, wo sie meinte irgendwann mal, also ich wollte immer damals zu euch gehören, zu eurer Clique, und das ist irgendwie so krass. Aber natürlich irgendwie, um gerade diese, ich finde wirklich diese Teenager-Zeit, sage ich mal, zu überstehen, von Grundschule, von Kindergarten bis zur Realschule, hast du nicht gesehen? Ich finde, es ist so wichtig, Freundschaften zu haben, gute Freundschaften, um das irgendwie gut zu meistern, sage ich mal. Das sehe ich auch so. Und wenn es nur ein oder zwei Leute sind. Genau, und da kann ich gut ansetzen. Also jetzt meine Phase von Kindheit zu, sagen wir mal, weiterführende Schule. Nee, genau, wir waren bei Kindheit und sind jetzt weiterführende Schule. Und genau das ist eingetreten. Also ich war so eng mit meinem besten Freund oder mit unserer kleinen Gruppe. Wir waren die Gruppe, die die Neuen aufgenommen hat. Also da kamen, manchmal kamen Leute in die Klasse. Und wir waren eigentlich irgendwie so die erste Anlaufstation für die Leute. So ein bisschen so diese, mir fällt gerade Misfits ein, also so ein bisschen diese, nicht Außenseiter direkt, aber irgendwie so ein bisschen doch so abseits und aber trotzdem ein eigenes System irgendwie. Ja, wahrscheinlich so eine Hierarchie weiter unten, wo man leichter reinkommt einfach. Na ja, leichter reinkommt. Nein, aber weil es auch ein sehr spezielles Interessengebiet war. Und ein spezieller Humor und ein spezieller... Aber da mussten ja die, die neu reinkommen, so auch so ticken. Ja, haben sie aber oft auch. Weil das sind Leute, die oft ein bisschen angeeckt sind. Ich weiß noch, dass jemand, da waren so ein bisschen so Kleinkriminelle dabei, da war so ein bisschen... Ich glaube tatsächlich, das ist der Knackpunkt, weil ich, meine Schwester ist ja genauso alt wie du und das habe ich bei ihren Freunden schon gemerkt und also zwischen ihrem Jahrgang und meinem Jahrgang, das macht so krass charaktermäßig was aus. Ich fand schon immer, dass die Freundschaft, also das von meinen, irgendwie diese Stufe von meiner Schwester kann natürlich auch nur so wirken, aber ich fand, es wirkte immer einfach irgendwie gefestigter, also irgendwie ehrlicher, weniger asozial, einfach irgendwie netter auch einfach. Ja, ja. Ich meine, Arschlöcher gibt es immer, aber im Großen und Ganzen fand ich es einfach wesentlich sozialer und angenehmer. Und es ging dann, also es ging dann so weit und wir hatten trotzdem, und das Interessante ist, wir in unserer Gruppe hatten aber trotzdem Kontakt zu den, sagen wir mal, zu den, das klingt jetzt zu den schönsten Mädchen oder so, weißt du? Das war komisch. Das war komisch, weil wir hatten trotzdem Kontakt, weil wir ein bisschen, wir waren ein bisschen schrullig, aber wir waren trotzdem irgendwie angenommen. Und zum Beispiel, wenn ich so an Abschlussball oder so denke oder so verschiedene, wo wir dann so unterwegs, also dieses unschuldig unterwegs sein so, wo sich dann rauskristallisiert, ja die ist in den verknallt und die in den und die in den und dann, okay, und dann hatte man so Abschlussball mäßig und dann, das war super komisch, weil auf der einen Seite bist du Außenseiter, weil du nicht so, weil du nicht so viel trinkst, weil du nicht irgendwie auf Partys bist, weil du für dich bist, weil du ganz viel ernstes Zeug redest und Videospiele spielst. Auf der anderen Seite gehst du dann aber mit der, mit dem schönsten Mädchen irgendwie zum Abschlussball, wo du aussiehst wie der letzte Vollhonk, wirklich. Ich muss sagen, wirklich. Du hast ein Bild gesehen, ohne Mist, vom Abschlussball, ohne Mist. Nee, ich kann es mir richtig vorstellen, wie schlimm. Ja, grandios. Nee, aber wie schlimm, ja? Nee, aber dann, da hat man damals schon gemerkt, okay, eigentlich, okay, man hat nicht gedacht, dass man irgendwie schlimm aussieht im Nachhinein, denkt man, man sieht schlimm aus, wir hatten lange Haare und so, ne? Und dann, aber es ist, es war trotzdem nicht auszuschließen, dass dein Charakter trotzdem noch entscheidet, ob du mit einem Mädchen auf den Abschlussball, was eigentlich nicht deine Kragenweite ist, vom Aussehen her, aber du konntest, du hast, man hat damals schon gerafft, okay, ich kann über Intellekt und ich kann über Interessen, ich kann vieles wettmachen. Das war so ein Punkt in der Realschule. Du bist ja auch sehr charismatisch und das warst du wahrscheinlich immer schon. Nee. Also in der Realschule vielleicht schon und dann kam für mich, danach kommt für mich der Knackpunkt. Okay. Und vielleicht gucken wir kurz mal aufs Handy, wie viel Zeit wir haben. Wir haben, glaube ich, schon ganz schön... Sechs Minuten. Haben wir noch? Ja. Ich drücke kurz nochmal drauf. So und wir sind jetzt, wir sind jetzt gerade in dem Moment, in dem man dann, in dem du auf die Sozialassistentenschule wechselst. So und da hat sich, da hat sich für dich vieles... Ich wollte noch kurz im Vorfeld, im Vorfeld sagen, so, ich weiß, ich weiß, ich wusste als nicht, ob ich das irgendwie sagen sollte, weil ich weiß, dass meine Eltern auch zuhören zu meiner Mutter, was auch sehr einprägt ist, aber wir hatten schon mal das Thema, ich glaube, es ging damals um Erziehung in der Podcast-Folge, das war eine sehr schöne und unbeschwerte Kindheit, aber trotzdem auch irgendwie, was ich sehr viel mit Streit der Eltern verbinde. Ich genauso teilweise, ja. Ich streite Eltern, dass ich runter zu meinen Großeltern gegangen bin, dass ich teilweise zu einer damals guten Freundin gegangen bin, weil meine Mutter war auch damit Freundin. und das war irgendwie auch sehr einprägsam, was irgendwie, was dieses Typisch hier, das negativ, in Anführungszeichen, behaftete Erinnerungen ja meistens die Erinnerungen sind, die sehr hervorstechen. Und das war schon ein großer Teil. Ja, und das war in der, also das verbindest du die Zeit hauptsächlich mit deiner Zeit auf der Realschule? Ich weiß, ich habe überlegt, bis wann, ich meine, man muss doch, man hat ja bis irgendwann bekommt man ja erst so ein Erinnerungsding, ich weiß nicht, es war auf jeden Fall Realschule, 100 Prozent, wahrscheinlich davor auch, aber ich kann jetzt nicht genau so eine Zeitspanne festlegen, aber es muss natürlich so Realschule gewesen sein. Und dahingehend auch irgendwie so eine interessante Entwicklung von irgendwie Verschließen und bis hin zu dann diese Phase, wo man, was heißt aufmüpfig wird, aber irgendwie sich so denkt, okay, ich sage jetzt, was ich denke oder so. Ja, die du auflegst so ein bisschen ging. In sehr abgespeckter Version natürlich. Ähm, aber das war nochmal, ich habe als überlegt, aber das war einfach ein großer, ein großer Faktor in deiner Jugend, ja. Genau, und ich glaube, irgendwann entwickelst du eine Art Haltung und denkst so, okay, jetzt muss ich, jetzt muss ich dagegen, jetzt muss ich irgendwie was machen oder jetzt muss ich was sagen manchmal, was man als Kind nicht tut und als Jugendlicher fängt es dann an. Wenn ich, also auf der einen Seite wird einem gesagt, wie man Konflikte lösen soll und dann bekommst du das gezeigt irgendwie, was für dich keinen Sinn macht. Das falsche vorgelebt dann in dem Moment, ja. Okay, du kamst dann auf die Sozialassistentenschule. Du warst also, okay, du bist jetzt 16. Ja, 16. Oder? Mit 16 kamst du auf die Weiterführende. Du hast Sozialassistenz gemacht, weil du nicht genau wusstest, was du sonst machen willst, oder? Ja, genau, man ist da typisch reingerutscht, eine Woche Praktikum in Heime, Scheuern und dann, bumm, Sozialassistenten von Wegenentwicklung, Heils, Jungs für die Hauterzieher. Aber du meintest, ja, okay. Genau, das war irgendwie so ein kleiner Changer, weil natürlich einmal ist man in einer größeren Stadt jetzt auf einmal, ich meine Koblenz, und geht ja schon wieder Richtung Erwachsenenleben, und zwar ist es noch irgendwie das Schulliche, aber es sind halt komplett neue Leute, weil die ja eher alle von Koblenz kamen, anderen nach Koblenz. Und teilweise älter sind, ne? Wie du eben schon meintest. Genau, teilweise älter und einfach super spannende Charaktere auch, mit denen du wahrscheinlich nie in Kontakt gekommen wärst. Und da habe ich wirklich für den Sozialassistent für die Zeit zwei Jahre richtig schnell, richtig gute Freundschaften, also dass wir wirklich alles zusammen gemacht haben. Wir haben uns immer versucht, in regelmäßigen Abständen immer einmal bei jedem zu treffen. Ich meine, wir kamen, die eine kam aus Bad Ems, die andere, ich kam aus Mielen, die anderen kamen dann aus Weißentum und anderen nach, was hinter Koblenz praktisch ist. Und dann immer zusammen gekocht, also so richtig krasse Sachen. Mit einer habe ich dann irgendwie noch so eine krassere Verbindung, weil wir irgendwie so die gleichen Themen hatten. Sie war auch irgendwie so, ich sage ja immer, sie erinnert mich immer so stark an dich, sage ich mal. Und dann mit so The Walking Dead und so hatten wir immer so voll und so Punkte und da habe ich bei ihr auch häufig übernachtet, etc. Ich damals frisch mit dem Führerschein. Das war irgendwie, das war, das war wirklich eine richtig schöne Zeit. Ja, und man merkt, dass du emotional wirst, weil du. Oh Gott, ja. Aber jetzt, weil du es gesagt hast. Nein, ich habe es eben schon gesehen. Ja. Nein, einfach, weil, weil es schön ist, aber weil es auch irgendwie, irgendwie wie so vorbei ist, weil man sich so aus den Augen verloren hat. Ich glaube, das ist, das ist häufig so, oder? Ja, aber wie gesagt, das ist. Emotional wird dann. Ja. Wahrscheinlich aber dieses Auseinanderleben, das ist, glaube ich, grundsätzlich ein Problem. Es ist wirklich mein Problem, dass ich, deswegen sage ich auch, ich habe es so rückblickend, ich hatte so viele Freundschaften und dann auch, was ich als gute Freundschaften, aber bei dir ist es so eine Person, wo du sagst, richtig gut. Und für mich sind es halt immer Lebensabschnitte gewesen, wo ich sage, richtig gute Freunde oder Freundschaften. Und weil ich unfassbar schlecht bin, Kontakte zu halten. Aber du. Geführt auch manchmal auf Gegenseitigkeit, ne? Ja, und mach dich nicht immer. Ich höre das oft, dass du sagst, ich kann das nicht gut pflegen und so. Aber das liegt auch oft daran, dass sich Wege so ein bisschen auseinander, dass sich Interessen verändern, dass sich Menschen verändern. Aber es ist in der Zeit noch so, dass wir uns eben noch stark verändern. Und wenn du jetzt, deine Freundschaft, die du jetzt hast, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, viel, viel geringer. Weil man viel, viel gesetzter schon ist. Jeder hat seinen Job, jeder hat sein, weißt du, und das ist so, was soll. Ja, weißt du, ich glaube halt, dass es, also einmal, wie gesagt, dieses Kontakt halten beim Sozialassistent, da war einfach dadurch, dass ich hab mich ja dann für den Happen entschieden und bin ja dann hier in den Rheingau gegangen. Alle anderen haben halt den Erzieher gemacht und haben das logischerweise weiter auch in Koblenz an derselben Schule weitergemacht und waren halt immer noch zusammen. Dann war einmal halt diese große Zeitspanne, also diese Nicht-Zeitspanne, der Weg war einfach viel weiter. Ich meine, es waren fast 100 Kilometer, kann man ja fast sagen. Okay, gut, bis Koblenz 60, aber die wohnten ja weiter. Ja, ja, klar, wenn du dann hinter Koblenz wohnst, genau. Und dann natürlich das Zeitliche, wir haben uns in der Anfangszeit immer nochmal getroffen, aber natürlich wurde es immer schwieriger und dann gerade mit, wo ich gesagt habe, dass wir da eine engere Verbindung hatten, ist dann von jetzt auf gleichwohl auch von dieser Erzieherschule runter und ich glaube mit Depressionen und so, war da eh komplett, also das war so komplett dann draußen und ja, so ist das dann nach und nach, ne? Ja, das brückend. Und, aber ein weiterer Faktor ist, und das war ja zum Beispiel, nee, man will ja keine Namen nennen, aber du weißt, wen ich meine, wenn ich drüber rede, ist eigentlich einfach, was ja auch normal ist, einfach so wirklich für mich persönlich, wenn ich mich jetzt so rückblickend betrachte, einfach wahnsinnig entwickelt habe, dass ich einfach Stück für Stück meine Interessen wahnsinnig geändert habe, ich mich charakterlich wesentlich weiterentwickelt habe, dass ich irgendwie selbstbewusster geworden bin und einfach Denkweisen vertrete und Interessen habe, die nicht mehr konform gehen mit den anderen. Genau, die einfach sich so weit entfernt haben von Ansichten von Freundschaften von damals, dass das einfach, man hat es, ich habe das nie so klar ausgesprochen, aber für mich, also ich habe das der Person nie gesagt, aber für mich war das immer so, das war glaube ich für mich der Grund, warum das einfach nicht mehr geklappt hat. In Verbindung, dass ich halt der Meinung war, dass die Angst der Person zum Beispiel hier in den Rheingolk zu kommen, größer war, dass man sich fast nicht, auch unternahmlich gesehen hat. Und ich glaube, was da noch ein Faktor ist und was dann oft wahrscheinlich auch über dich gesagt wurde von dieser Seite, ey, die hat jetzt einen Freund, die hat sich entwickelt, die ist jetzt nur noch für den Freund oder blablabla, also das wird gesagt dann. Und das war eine Zeit lang auch so, ich habe mich krass auf dich fixiert, die Zeit, wo ich ja auch selbst Lisa irgendwie vernachlässigt habe, sage ich mal, aber das ist ja noch viel mehr als das. Natürlich, genau, deswegen, ja. Das sind immer kleine Punkte, aber der größte Teil ist einfach die Veränderung charakterlich, weil man sich gedanklich so weit von jemandem entfernt und einfach das nicht teilen kann, ja. Und es ist egal, es ist egal, warum man sich so oder so entwickelt, es gibt verschiedene Faktoren, warum du dich entwickelt hast und vielleicht bin einer davon ich, okay, aber nicht grundsätzlich. Also trotzdem, vieles kommt von dir und vieles, also du hast Denkweisen verändert und das liegt nicht nur an einem Partner, das ist Quatsch, das zu denken. Nee, es ist halt immer tatsächlich, ich glaube, viel so, in was für eine Szene man reinrutscht, ob es jetzt diese, oh Gott, reinrutscht klingt so negativ, aber ob es jetzt bei mir zum Beispiel dieses, ich sag mal, Hardcore-Musik war, wo man anfängt irgendwie auf Konzert zu gehen und auch die Hardcore-Szene vertritt eine Haltung. Oh, eine Haltung, genau, ja, ja, es ist eine Ethik. In Verbindung irgendwie schon automatisch, je nachdem, welche Band mit Veganismus. Ja, dann kommen wir zu den Kontexten. Klar, rechts, links sowieso, würde ich mal sagen. Ja, genau, gegen rechts, für links, ja. Und wenn man sich, wenn Leute da nicht reinkommen und sich so damit nicht beschäftigen, das ist natürlich, oder selbst immer da auch der Gesamtpunkt Musik. Ja, für die einen ist ein großes Thema, für die anderen wenigstens. Unterschiedlich und, ja, das ist immer, in welche Szene du reinrückst. Ja. Und wie offen du natürlich bist. Manchmal hat man den Eindruck, okay, die Person will sich nicht verändern oder will da stehen bleiben, wo sie ist, was ja auch okay ist für die jeweilige Person, aber man muss halt gucken. Und manchmal funktioniert es ja auch, wenn man sich so, aber das ist wahrscheinlich nur, wenn man so oberflächlichen Kontakt hat. Für eine Freundschaft finde ich es dann schwierig. Es ist dann, funktioniert es dann nicht mehr, genau. Ich, wir sind ja, du bist jetzt praktisch, in deiner Geschichte sind wir nach dem Sozialassistenten. Ich bin praktisch jetzt Ende Realschule. Und Ende Realschule, ich kann mich an eine Sache erinnern, die vielleicht alles auch nochmal gut zusammenfasst. Es gibt ja diesen Streich am Ende von einem, der Abschlussjager macht so einen Streich in der Schule. Ja, ja, genau. Und da war das so, dass die Leute, da war der Streich und dann haben die da in der Schule übernachtet, unsere Klasse auch und so, keine Ahnung was. Okay, was haben wir gemacht? Wir waren da nicht, wir waren da nicht dabei, weil wir es irgendwie blöd gefunden haben oder keine Ahnung was. Wir waren beim Basti und haben... Das ist der größte Unterschied. Ich habe halt auch voll geil, ob ich es jetzt geil fand oder nicht, ich habe alles einfach mitgemacht. Genau, genau. Und deswegen, wir hatten die Halt... Wir haben uns selbst wahrscheinlich irgendwie in dem Moment cool gefühlt oder keine Ahnung was. Wir... Ja, nee, wir machen sowas nicht. Und dann, das hat dazu geführt, dass das eben so ein bisschen... Und da kann ich mich am Ende dieser Realschulzeit, das ist das Ende der Realschulzeit, wir hatten auch angefangen Gitarre zu spielen, wir hatten so... Aber wir waren nicht auf Partys, wir waren nicht irgendwie im Europalace, wir waren nicht auch auf Konzerten nicht betrunken und so, sondern wir sind da mitgegangen teilweise und auf so regionalen Konzerten, da gab es noch so Band-Contests und so. Da hat so unsere Szene so ein bisschen, ne? Und da konntest du dich dann betrinken und das war das eine und das andere waren natürlich große Bands, wo man dann irgendwie in den Schlachthof gefahren ist, in den alten Schlachthof noch. Und das war dann wieder was anderes, weil dann waren wir so 15, 16 und da waren wir irgendwie... Boah, waren wir auch nicht betrunken, wir sind dann nur hingefahren. So, Stone Sour, ich weiß noch, ey, mit dem Rucksack in der Crowd. Und die Leute echt gedacht haben, ey, Jungs, was packt ihr mit dem Rucksack hier? Erstes Konzert. Pack den weg. Pack den Rucksack weg. Ja, grandios. Auf jeden Fall, dann fing das an mit Musik und dann haben wir uns noch ein bisschen... Ich hab dann sehr viel auch für mich gemacht, so musikmäßig. Und dann ging's weiter, dann haben wir so Sachen gemacht, wie wir sind mal nach Berlin gefahren zu einem Metallica-Konzert, wir sind mal nach Wacken gefahren und so, das haben wir alles so mit 15, 16... Oh Gott, Veropolis, wie heißt das nochmal? Das Blech war ein bisschen später. Ah, okay. Also Wacken und so war so 16, 17, 18 und so, also das Blech war ein bisschen später. Und dann ging's für mich ja los, okay, ich hab dann gedacht nach der Realschule, oh, bist nicht dumm, machst jetzt Abi. Und das mit dem Abi hat nicht ganz so gut funktioniert, weil mein bester Freund und ich kamen in verschiedene Klassen und das war ein Riesending für uns. Ich kann mich daran erinnern, dass wir beim Schulleiter im Büro standen und gesagt haben, wir müssen in eine Klasse. Ach krass. Und es gab Tränen. Oh nein. Weil der uns gesagt hat, hey Jungs, nein, ihr müsst da jetzt mal durch, ihr seid jetzt auf einer anderen Schule, ihr müsst euch öffnen. Das war eine bewusste Entscheidung, Leute wahrscheinlich zu trennen in verschiedene, die von der Realschule kamen. Weil die wahrscheinlich gemeint haben, okay, wenn wir die Realschüler zusammenlassen, dann bleiben die zusammen. Und da haben die sich wahrscheinlich gedacht, ey, wir packen in verschiedene Klassen und dann müssen die sich schon irgendwie so. Und das fanden wir richtig krass. Und dann bin ich früher gegangen, drei Monate hab ich's glaube ich ausgehalten oder vier oder so. Der Basti ist länger geblieben. Und dann hab ich das erste Mal im Stift gearbeitet, da hab ich das FSJ gemacht. Und dann FSJ, ich muss ein bisschen mehr erzählen, weil ich älter bin wie du oder mehr Stationen hatte. Und dann, okay, dann ging's weiter zum FSJ eben und da hat man auch diese Treffen gehabt am Wochenende immer mit, also so einmal im Quartal oder so. Und dann, da waren auch ganz andere Leute. Da waren, ey, da waren alte Leute, da waren ältere, wo du wirklich gedacht hast, oh, das sind alte Leute und dann auch ganz kaputte Menschen und so, auch richtig interessant und richtig. Und dann, da war dann auch ein Mädel dabei, was irgendwie ganz, wo wir irgendwie, oder die hat mich irgendwie ganz nett gefunden, keine Ahnung, ich konnte aber mit sowas nicht umgehen auch. Es war ganz schlimm. Und dann, ich war sehr, ich war immer sehr unsicher, wenn es konkret wurde. Ich konnte eigentlich ganz gut umgehen oder ich, aber ich, wenn das so konkret wurde, war ich unsicher. Und dann, da weiß ich noch, da kam ganz, da war damals so diese Robert Pattinson, die Trylight-Sachen, die Bücher, die Bücher waren angesagt. Und sie hat Sachen geschrieben und so, sie hat diese Bücher gelesen und so, das war die Zeit. Und dann, nee, da kam auf jeden Fall nichts zustande, weil ich, ja, weil entweder wollte ich das nicht oder so, aber ich kann mich daran erinnern, ja, geh doch mal, geh doch mal zu, so. Oder so, aber ich, ich war, ich war nicht, ich, ich konnte es nicht, ich konnte es nicht. Von wem kam das? Oder ich wollte nicht. Von deinen Eltern oder von deinem Bombast? Nein, das war da an diesen Treffen. Was meinst du? Was kam wohl? Naja, dieses, ähm. Dass ich das nicht konnte. Nee, dieses, von wegen, mach doch mal, mach doch mal. Das waren die Leute, die da waren, die Jungs, die da waren. Ach so, okay. Also auch ältere teilweise schon oder auch in meinem Alter waren da Leute, ey, geh doch, geh doch mal zu, der irgendwie, die ist, so wie Jungs dann halt auch Sinn oder auch Männer teilweise schon. Und dann, ich hab mit jemandem da in einem Zimmer immer gewohnt, der, der war schon Anfang 30 und der hat mir dann immer Sachen erzählt und es war richtig witzig. Es war eine witzige Zeit. Wieso hast du in einem Zimmer gewohnt? Das war bei diesen, wir haben da Wochen verbracht. Ach, bei diesen Treffen, bei diesen Treffen. Wir haben bei diesen Wochen da verbracht. Okay, gut. Das war aber sehr, schon irgendwie auch. Ja. Und dann, okay, ich hab im Stift gearbeitet, hab das erste Mal auch irgendwie gearbeitet und so das Gefühl gehabt, oh ja, okay, ich, äh, kann das irgendwie, ich bin zwar jung, aber irgendwie hat man so eine Naivität und man kann das und man macht das ganz gut mit und so, es funktioniert. Und dann, ähm, hab ich so gedacht, boah, ja, jetzt hab ich so ein FSJ gemacht, ja, mach ich doch jetzt Abi. Und dann bin ich auf die andere Schule in Geisenheim gegangen, aufs andere Gymnasium gegenüber. Und ich hab da, da kannte ich ein paar Leute, aber halt auch nicht mehr so, weil man hatte sich auch entfernt und wir hatten eine Freundin, Bastian, ich hatte eine gemeinsame Freundin, die wir über die Musik hatten, über unsere, über unseren Gitarrenlehrer. Ja, und die war da. Aber die hatte natürlich auch ihren Freundeskreis. Und ich war nicht der, der kontaktfreudigste Mensch, ja, und ich hatte immer noch lange Haare und ich hab immer noch sehr viel gelesen und keine Ahnung was. Also ich hab, wie gesagt, ich hab da auch, und da gab's auch eine Nerdgruppe, mit denen hatte ich, mit denen kam ich eher noch zurecht, so, ja. Die hatten auch teilweise lange Haare und keine Ahnung. Aber ich kann mich, und das Bild, was mir vom Gymnasium, von der St. Ursulas Schule in Erinnerung blieb, ich auf dem Flur lese es. So, typisches, typisches Bild, ja, irgendwie. Und dazu kam dann natürlich der Druck, den dieser Stoff mit sich bringt. Weil du auf einmal, auf einmal weißt du, was, was das bedeutet, lernen zu müssen und was es bedeutet, also, ne, es ist komplett eine andere Welt, komplett. Und dann kommt ganz viel zusammen. Und ich glaub, wenn du dann sehr sozial bist und dann kommst du irgendwo hin, wo du schon ganz viele Leute kennst, ist das vielleicht nicht so das Problem, aber du bleibst Außenseiter, wenn du mit ganz, an ganz vielen Fronten kämpfen musst. Einmal, ich komm nicht mit mit dem Stoff. Das zweite Mal, ich kenn hier niemanden. Und das dritte Mal, ich bin sowieso unsicher. Und dann, ähm, hab ich da auch abgebrochen, bin wieder ins Stift. So, okay, hab ich wieder gearbeitet, aber als pädagogischer Mitarbeiter diesmal. Da war ich ein bisschen angeschlagen, da kam ich nicht so klar mit Behinderungsbildern. Also, man muss sagen, ich war dann ungefähr 17 oder 18, 18 kann sein, gerade. Und ich kam nicht klar mit, ähm, ich war in der Tagesstätte, kam, also ich war vorher auch in der Tagesförderung, aber ich kam in eine andere Gruppe, schwächere Leute. Und ich kam teilweise mit den Behinderungsbildern nicht klar. Also, es hat mich belastet, dass Menschen geschrien haben, es hat mich belastet, irgendwie hat mich das belastet, in dem Alter noch. Und dann hab ich, ich hab glaub ich auch nur teilweise, ich hab eine Zeit lang nur 20 Stunden oder so gearbeitet, weil ich das nicht, ähm, weil ich damit nicht umgehen konnte, teilweise. Und das war aber dann ganz okay und danach fing dann Physiotherapeut an. Und vielleicht erzähl ich das dann noch durch und dann können wir bei Hep wieder bei dir weitermachen, weil deine Stufe war ja nach Sozialassistent dann Heilerziehungsfliege, ne? Das ist richtig. So, okay, ich kam dann, ich kam dann 18, immer noch lange Haare, sollte ich langsam, okay, ich kam dann, danach kam ich auf jeden Fall auf die Physiotherapeuten auszubilden. Da hab ich gedacht, okay, ja, ich wollte immer Toningenieur machen, das wollten meine Eltern nicht und deswegen, also kann man so einfach sagen, und deswegen kam ich dann zur Physiotherapie, obwohl ich das nie wollte, ich wollte eigentlich echt am Mischpult sitzen und so, das wäre, glaub ich, auch echt was gewesen, ich wäre, glaub ich, richtig gut darin gewesen. Okay, auf jeden Fall hab ich was gemacht, was ich nicht so, obwohl ich, glaub ich, keinen Bock hatte von Anfang an. Und dazu kam, ich hab die Zahnspange bekommen, mit 17, Ende 17, weil diese Kieferorthopädin meinte, ey, okay, der Kiefer ist zu schmal, das wird zu Problemen führen und meine Eltern das essen, ach, wenn das zu Problemen führt, da kriegt der Junge doch die Zahnspange so. Das ist ja auch richtig so. Ja, ey, naja, aber du musst doch mal bedenken als Eltern, okay, der ist 17, der ist teilweise unsicher, wollen wir dem noch für seine Mental, für seinen Geist, wollen wir dem die Zahnspange gerade anziehen? Ja, weil hättest du gerne einen kaputten Kiefer? Einen kaputten Kiefer, Kieferorthopäden sagen so viel, wenn sie Geld verdienen wollen, das ist nun mal so, okay, auf jeden Fall, ich hab diese Zahnspange bekommen und das sind zwei Dinge, die so nah beieinander liegen, die ich meinen Eltern bis zu ihrem Tod vorhalten werde oder bis zu meinem, keine Ahnung. Das ist einmal Punkt, Punkt eins, ey, der Junge bekommt die Zahnspange, das ist gar keine Diskussion, klingt doch gut und Punkt zwei, der Junge macht die Physiotherapeuten-Ausbildung. Hätte ich mich ja auch irgendwie sträuben können dagegen, habe ich nicht gedacht. Wie kamst du eigentlich genau drauf, Füße, auch einfach nur so, oder kamst du wirklich von deinen Eltern? Das wäre doch was und blablabla, dann hab ich mir da mal, ja, mach doch mal ein Praktikum da und dann war ich hier in Rüdesheim bei so einem Physiotherapeuten, hab dann einen Tag gemacht, einen Tag und hab so, hab gedacht, ja, okay, das könnte ich machen, aber ich hätte doch auch Heilerziehungspflege oder so machen können, warum hab ich das nicht gemacht? Ich war zweimal im Stift und hätte doch den Hepp schon machen können, Jahre gespart, hab ich nicht gemacht. So, kam auf die Physiotherapeuten-Ausbildung, ja, lange Haare, Spange, mein Selbstwertgefühl immer noch am Arsch, ja, immer noch angeschlagen, trotzdem, ich hatte meinen Humor, ich hatte meine, ne, ich kam, ich kam klar. Und dann hab ich auch einen anderen Kumpel kennengelernt, wir waren echt auch dicke dann da, der kam aus Brasilien und war ein bisschen älter. Und wir haben an einer Bank gesessen und dadurch, und weil er auch so super offen und blablabla war und dann irgendwie, ich war da kein Außenseiter, sagen wir mal so, aber die Zahnspange hat mich trotzdem immer zurückgehalten, ich hab mich selbst gehasst dafür. Die anderen nicht, für die anderen war das kein Thema, das war irgendwie alles in Ordnung, aber man selbst macht sich manchmal so einen Kopf um Dinge und fühlt sich nicht wohl. Ja, aber sind wir mal ehrlich, eine feste Zahnspange ist halt doch einfach nicht schön. Genau, genau. Und es kam geradezu in der Zeit, wo ich angefangen hab, sicherer zu werden mit Frauen etc. Und dann kam die Zahnspange und ich konnte nicht darüber hinwegsehen. Das war für mich kein Punkt so, ach, mach ich weiter, also, ne? Ich hab jetzt damit angefangen, jetzt geht's hier. Ne, ging nicht. Dann war ich voll gehemmt so, für mich. Und aber trotzdem hat mir die Zeit dann auch echt Spaß gemacht, sonst wäre ich so lange nicht da geblieben. Ich bin zweieinhalb Jahre geblieben. Die Ausbildung geht drei Jahre. Ich hab ein halbes Jahr vorher aufgehört damit. Das ist immer noch die beste Entscheidung meines Lebens. Aber die zweieinhalb Jahre da zu bleiben lag nur daran, weil ich eigentlich Spaß hatte da. Und jetzt ende ich die Zeit mit einer kurzen, ich hab manchmal so prägnante, prägnante Geschichten oder so Szenen im Kopf, die für mich was abschließen oder beginnen. Und der Abschluss von der Physiotherapeuten-Ausbildung war der Geburtstag von der Freundin, wo ich jetzt immer mal das so kleine Film-Dinge, genau so, es war ihr Geburtstag. Und ich weiß noch, ich hab meine Haare abgeschnitten und war dann auf dieser Party da, auf dieser Geburtstagsfeier so. Und das war so der erste Moment, okay, ich fühl mich besser, ich fühl mich cool oder ich fühl mich irgendwie selbstsicherer. Und dann kam kurze Zeit später, weil ich gesagt hab, ich lasse diese scheiß Zahnspange nicht mehr an, weil du wirst immer so vertröstet. Von wegen so, ja, wir machen nochmal einen Monat oder nochmal ein Quartal. Nee, ich bin wirklich in dieser Kieferorthopäie, ich bin laut geworden, weil ich hab gesagt, dieses Scheißding kommt raus. Ich war, glaub ich, mittlerweile, ja, ich war 18. Oder kurz, nee, ich war 18 auf jeden Fall schon. Deswegen konnte ich das auch selbst entscheiden. Und ja, das war der Moment, wo ich dann gesagt hab, okay, das Ding kommt raus. Und gleichzeitig war das der Moment, wo meine Selbstsicherheit zurückkam. Und das war genau davor, also ich hatte ja dann abgebrochen, Physiotherapeut abgebrochen. Hab dann angefangen, Ausbildung zu machen im Sanitätshaus, Orthopädie-Techniker. Und da hatte ich ja schon, da hatte ich kurze Haare, da hatte ich die Zähne gemacht, da hab ich bei Many Faces gespielt und so. Also da war ich irgendwie in einem anderen Modus schon. Und in der Phase war das dann auch mit dem Splash und so. Also ab da kam ich klar. Also das war wie so ein Schalter, der sich umgelegt hat. Und ab da war es kein Problem mehr, mit Frauen zu kommunizieren. Und generell, also das war alles kein Problem mehr. Und dann kam ich, dann hab ich die Ausbildung abgebrochen nach drei Monaten. Und hab dann wieder im Stift gearbeitet. Diesmal dann auf Gruppe Maria. Und da hab ich das erste Mal dann auch die, meine beste Freundin, also wenn man es so bezeichnen will, kennengelernt. Und genau, von da aus ging es dann zur Heil-Erziehungspflege-Ausbildung. Ja. Und genau, jetzt sind wir wieder bei dir. Du kommst vom Sozialassistenten. Genau, da war jetzt die große Frage. Klar, ich hab mich für den Happ entschieden, aber die Frage war noch, wo mach ich den? Ich hatte mehrere Sachen zur Auswahl. Und schlussendlich der Grund, warum ich jetzt nach Rüdesheim in den Rheingau gekommen bin, war einfach der, dass das Stift einem so Mitarbeiterwohnungen angeboten hatte und ich für mich überlegt hab, dass das, das ist, was ich will, weg von zu Hause. Und das so die günstigste und einfachste Möglichkeit war. Ja. Ja, so bin ich dann hier hingezogen. Okay. in eine Stift-WG und hab dann da, ja auch praktisch die Lisa kennengelernt. Ja. Und was nochmal ein ganz neuer Abschnitt dann war. Guck mal, du bist das erste Mal von zu Hause weg, ihr lebt in einer WG, das ist, ja. Das war tatsächlich die, gefühlt die krasseste Zeit, also ich weiß nicht, da haben, ich glaube, so richtig ausgelebt. Ja. Also wir haben das Typ, wir haben das Typ, wir haben glaube ich auch einfach alles durchgezogen, wir haben wirklich, wir haben unnormal viel getrunken. Ja. Wir haben vier Tage am Stück hintereinander. Ja. Ja. Also so richtiges WG-Leben. Ja. Alles so ein bisschen ranzig da, also so eine alte WG irgendwie so. Ne, ranzig waren wir nicht. Nein, ihr wart nicht ranzig, die WG war ranzig. Ne, es war auch noch, also wenn ich mir die anderen WGs angeguckt habe, noch mit die schönste und sauberste, ja. Nein, sauber, also das Grundgebäude, das Grundding war so, ja, deswegen, das meine ich, ja. Ja, aber noch relativ neu. Okay. Für WG-Verhältnisse. Okay. Und ja, man, dadurch ist man in der WG, wir waren alle ja auch in derselben Stufe, also in derselben Klasse, war das halt so, innerhalb gab es auch immer mal wieder so ein paar Kröpfchen und Streit, aber wir haben uns irgendwie immer sehr gut dann wieder arrangiert, also es war wirklich eine sehr spannende Zeit. Die Ausbildung war immer mehr Nebengrund, wie nennt man das, Nebengrund, Nebensache, blöd gesagt. Es war einfach, also Sozialassistent war so richtig, einfach richtig schön und alles, man hatte richtig, es hat einfach Spaß gemacht. Und eine Erziehungspflege war dann. Einfach nochmal so eine richtige, so eine Auslebung, also von allem, vielem Ungesunden auch einfach. Ja. Ach, wie geil, stimmt, das ist interessant, dass das so ein Gegending war. Beide soziale Ausbildungen, aber das eine hatte ein paar Faktoren, die das halt... Ja, man ist nicht mehr zu Hause, man hatte irgendwie natürlich auch Möglichkeiten, ich hatte ja auch nichts zu tun, meine Eltern waren, sind ja nach wie vor unterstützend und sehr finanziell, die haben nicht... Also ich hätte eigentlich arbeiten gehen müssen, um das... Und zwar sogar arbeiten in der Heilerziehungspflegeausbildung. Ja, und meine Eltern haben mir das halt bezahlt, die Mieter, also es war so, es war wirklich die, also wie gesagt, die Ausbildung war Nebensache. Das Drumherum war viel spannender, man hat auch einige Scheiße gemacht, aber es war... Und für alle, das war, das ist jetzt der Punkt, wo sich unsere Wege praktisch kreuzen das erste Mal. Genau. Heilerziehungspflegeausbildung. Wir hatten ja schon drüber gesprochen, über, wann war es, in der vorletzten Folge oder vorverletzten Folge, über erste, dass ich praktisch meine erste große, oder meine erste Liebe generell überhaupt... Genau. ...dann da in der Ausbildung gefunden habe und dann... Und ihr wart auf einem anderen, ihr wart auf einem anderen Stern sozusagen. Ja, aber weil du mich auch, ich war immer noch extrem, extrem übergewichtig, übergewichtig. Naja, aber das war kein Punkt, weil du warst am Ende, du warst am Ende der Ausbildung genauso übergewichtig. Das stimmt auch wieder. Aber du hattest dein Auge, du hattest einfach dein Auge erst mal auf jemand anderes... Ja, und ihr wart halt auch, ich konnte mit euch nichts, in dem Sinne nichts anfangen. Ich fand euch witzig, okay, aber ich konnte mit euch jetzt nicht so viel anfangen. Ah, ja. Ja. Aber wie hat sich das verändert? Das ist die Frage, genau. Irgendwann kamen wir ja, irgendwie mussten wir ja ins Gespräch, also grundsätzlich kommt man irgendwie immer mal ins Gespräch. Ja, wir hatten ja, wir hatten Berührungspunkte. Der Berührungspunkt war, waren Konzerte oder Musik oder generell was. Weil das erste Ding, das erste Ding, wo wir gemeinsam waren, war dieses Donuts-Konzert. War das das erste Ding, wo wir gemeinsam waren? Ja, aber ich weiß nicht, wie das zustande kam. Ich meine, wer hat das, hattest du gefragt oder hatte Judith gefragt? Das kann sein, wir waren ja zu viert, wir waren zu viert, genau. Und danach hattest du mich ja gefragt, ob wir miteinander schlafen wollen. Aber wie es zu dem Punkt war, weiß ich nicht. Wie wir schlussendlich... Ja, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall, wir mussten schon in gewisser Weise Berührungspunkte gehabt haben. Oder haben immer mal so hin und her geblänkelt, so ein bisschen witzig. Ja, oder auch so Facebook, weil man dann da Sachen geteilt hat, die der andere dann macht. Ja, genau. Also sowas war, glaube ich, wir haben uns gut verstanden. Nur bis zu dem Zeitpunkt war eben nichts... War bei dir halt Chaos. Auch das, ja. Ja, und dann hat es aber ja sowieso auch noch gedauert, bis wir dann zusammen kamen. Ja, relativ lang. Und ja, dann hat es aber ganz schnell angefangen. Dann sind wir zusammengezogen und bist du aus der WG ausgezogen. Wir sind zusammengezogen, noch während der Ausbildung. Und dann hat sich dein Leben drastisch verändert. Also dann hat dieses Partyleben ja abrupt irgendwie ein Ende gehabt, weil ich ja damals schon eher so war, dass ich... Ich habe damals auch nicht viel getrunken, oder? Weiß es nicht, nein. Nö. Nö. Ja, es hat sich... Klar, also man muss sagen, es war Ende der WG, also der Auszug war eh klar. Die Frage ist, wie wäre ich mit dieser zusammengezogen oder so? Das werden ja alles zu Punkt. Aber genau, wir sind relativ zeitnah, also direkt zusammengezogen. In der Ausbildung, ja. Man muss aber dazu sagen, dass es anfanglich tatsächlich als WG geplant war. Genau, genau, genau. Und dann hat sich das ja vorher anders ergeben. Und dann war einfach so, ja, der Großteil irgendwie kam von mir, dass ich wahnsinnig fixiert einfach auf dich war, weil erste Liebe, ich fand dich immer schon toll. Und dann zusammen und dann habe ich mich krass fixiert drauf und alles andere war für mich egal. Genau. Und ab da... Also wirklich in so einer richtigen krassen Bubble gelebt. Und ab da haben wir ja praktisch das in anderen Folgen schon behandelt. Ja. Also in der ersten allein. Also wenn ihr möchtet, dann könnt ihr die allererste Folge hören. Ich glaube, da sprechen wir darüber. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube... Die ersten Folgen auf jeden Fall gingen darüber. Und das ist super spannend, weil wir haben jetzt den Weg mal dahin, irgendwie haben wir den Bogen mal so ein bisschen geschlossen, auch für uns selbst. War, glaube ich, ganz unterhaltsam diesmal. Es war sehr lang. Oh, richtig lang. Wahrscheinlich. Also wenn ihr es komplett gehört habt, dann habt ihr es wahrscheinlich auf mehrere... Episoden. Episoden aufgeteilt. Oder ihr habt wirklich eine lange Zugreise... Obwohl Zugreise... Im Moment auch nicht so das Ding. Na okay, irgendwie werdet ihr es gehört haben, falls ihr es bis hierhin gehört habt. Wie immer, vielen Dank, dass ihr es gehört habt. Wir freuen uns über jeden. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Und über jede Rückmeldung. Ja. Ist immer sehr... Bedeutet uns immer was. Ja. So. Und dann wären wir auch schon am Ende, oder? Weil ich glaube, wir sind weit über eine Stunde mittlerweile. Ja. Ich will nur ganz kurz... The Walking Dead hat wieder begonnen. Ich bin on fire. Medina ist on fire. Alles klar. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.